Hallöchen! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und Shiva ist zu mir leid, ich glaube ich hätte anzählen sollen, was? Ja, passt schon. Sorry, fällt mir jetzt gerade ein. Na ja, beim nächsten Mal. Hallo. Hi Shiva, hi Palando, hi Kervin. Ich habe die Anmoderation verkackt. Denkt euch einfach, sie wäre schön gewesen. Genau, ich muss halt kurz ein anderes Video anmachen für fünf Sekunden. Genau, okay, guckt in die letzte Folge, da habe ich besser moderiert. Ja, genau. Na ja. Du musst halt einfach immer so ein Ding machen, was du davor schneidest, immer das Gleiche. Wenn du ein Intro davor schneidest, dann hast du jetzt noch voll die Ränderarbeit, das ist voll... Ja, Arbeit. Die Zeit zum Schneiden, weißt du, wenn das hier meine Arbeit wäre, würde ich sowas gern machen, aber da es nur nebenbei ist. Ist das nicht so einfach? Dann zocke ich lieber, als zu schneiden. Sag mal, gehst du in meine Halle? Nein, ich laufe hier nur durch. Siehst du das gelbe Symbol? Nein. Geh weg. Also ich finde auch herzlich nur das Dach markiert, oder? Ich habe da nichts genommen, ich wollte da nur durchfliegen, um mal zu gucken, was du hast. Was ich... Genau, um zu gucken, was du hättest haben können. Hier sind zwei SKS über. Hm, hätte ich wohl eine nehmen können, aber mein Haus hat einen Schlüssel. Das ist cool. Du bist denn jetzt noch? Ich habe jetzt nur Schlüssel. Nicht? Ich habe einen Karabiner. Hat eigentlich einer geguckt, ob hier was mit uns runtergekommen ist? Absolut nichts. Es ist wirklich gar nichts mit runtergekommen. Noch nicht mal Bodies. Hier ist noch eine Pause. Wir sind wohl zu weit von der Fluglinie. Oder Oli? Ja, ich habe einen Karabiner, ich bleib bei dem jetzt. Aber sonst hast du recht, das stimmt. Aber wenn mir der Karabiner schon so entgegen gehalten wird, gleich als erste Waffe. Ja, den habe ich auch gesehen. Da bin ich schnurstracks drüber gelaufen, ne? Aber den wollte ich ja nicht nehmen, weil es war ja nicht meine Halle. Boah, das wäre auch so dreist gewesen. Ich glaube, er hat aber draufgetreten, deswegen schießt die jetzt nicht mehr gut. Ja, ich habe echt draufgetreten, also... Voll verbogen. Es ist passiert. Gebe ich zu. Naja. Hier ist der M4. Ich sehe überall Vektors rum. Mal so viele Vektors. Toren. Brauchte man hier die Brechtstange, um irgendwo irgendwas hochzumachen? Ich glaube da nicht, ne? Nee, nee. Das war laut. Ist noch ein Karabiner. Echt? Wir müssen noch ein Stückchen, also jetzt nicht weit, aber ein Stückchen. Nur, dass wir offensichtlich Fahrzeug an der Straße kommen. Du bist da, wo eventuell an der Kreuzung ein Auto stehen könnte. Ja, ich bin auf dem Blick. Das ist einfach... Dass du genau einfach nur mal guckst. Das ist einfach... Dass du genau einfach nur mal guckst. Dann lass uns oben an der Straße gucken, hinsichtlich Fahrzeug. Und dann... Lass wir da so in die Richtung machen. Oh, ich hör schon. Zwei Sitzer. Shiva. Ja genau. Geht mal. Blut für uns alleine. Hier ist noch ein Auto. Ist für euch markiert. Wo soll ich jetzt hinfallen? Jetzt hast du die Markierung aufgehoben. Also... Ähm... Warte. Ich mach's mal so. Da hab ich beides markiert. Das ist sehr nett. Warum hat er aus Fahnen genommen? Dass Shiva mich angeschossen hat. Ja, blödsinn. Ich hab dich nicht angeschossen. Du bist raus und bist mir vor die Flinte. Ist das meine Schuld. Ich bin ja wuch. Au! Da sind... Das ist nicht meine Schein. Ein Range-Visier könnte ich noch brauchen, wenn da irgendwas liegen sollte. Ein Vierer. Hier liegt ein Vierer. Brauchst du auch für eine Warnmulsion? Ja. Ja, warte, gut. Dann nehme ich eine andere Waffe. Ist ja kein Problem. Ich wechsel. Ich habe nur das fette MG genommen hier. Da ist, dann lege ich hier nochmal. Wir haben Zeit. Ich habe dich noch hier. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe noch kurz durch das Hausmacht und dann bin ich soweit. Noch schnell meine DMR ändern, dass ich auch auf Dicks bin. Nummer 21 Schuss hier. Da kommst du nicht raus. Nur vorne durch die Tür. Naja, ich habe hier noch in die Ecke gefuckt oder war nichts weiter. Okay. Ja, war jetzt nicht so, ne? Keine Dreierweste, kein... Ich wollte mal ein Magazin für das fette. Achso, ich könnte dir ein normales Erweiterung geben. War da das Vierer, wo ihr jetzt gerade seid? Ja. Gut. Ich habe dir da mal eins hingelegt. Oh ja, das hilft mir schon sehr weiter. Dankeschön. Wo ist denn der Eingang? Achso, okay. Ich habe ein Erweiterungsmagazin für Erweiterungsschnellwechsel für MP und Erweiterungsschnellwechsel DMR, habe ich hier auch vorne hingelegt. Notfall Pickup mitnehmen, nicht mitnehmen? Äh, haben ja Autos. Eigentlich brauchen wir es nicht. Ja, ne? Weng-Weng. Weng-a-Ding. Er ist auch auf jeden Fall einer der schlechtesten Räume, die ich jemals hatte. Ja, war jetzt nicht so doll, ne? Ne, umfallen. Er sagte, ne, umfallen. Ach, Mann. Ihr sammelt uns bestimmt ein, oder? Seid ihr das? Ach, kacka. Schiefer hat versucht, hier umzudrehen. Hat nicht geklappt. Ne, es geht um das Geschieße. Ja, ja, das war... Der Krieg war? Okay. Das war kein Krieg. Das war Frustration gegen ein Vehikel. Ja. Das war der Grieche Vehicles. Es sieht so aus, als ob ihr da hängen. Jetzt hängen wir tatsächlich, glaube ich. Könnte man so meinen, ja. Könnt ihr nicht zurückfahren? Doch, wir rutschen gerade. Ich hoffe, dass wir jetzt hier so rutschen, dass wir... Das ist so witzig, wie wir es schaffen, zwei Autos kaputt zu schielen. Oh, Mann. Ach, ja. Autolaufen an und zurücklehnen. Es ist ja nicht weit. Ey, das ist doch unglaublich, oder, Kai? Dauert ganz schön lange. Naja, auf allem, wir hängen hier eigentlich ja... Ich weiß auch nicht, das hat so ausgesehen, als ob ihr die ganze Zeit von Stein steht und keinen Guckwärtsgang habt. Ja, das wollt ihr wissen, die Vorderräder hängen in der Luft. Aha. Das ist schon wieder so eine Bonusrunde hier. Der Running Simulator. Gut, aber dies war selber schuld. Ja, wir hatten genug Fahrzeuge und so. Ah, ich habe einen Zweisitzer gefunden. Cool. Hast du den Rauch dahin gespissen? Ja. Ich bin nicht im Rauch. Wenn ihr durchfahrt, seht ihr mich. Ja, gut. Aber ich bin in Zweisitzer. So, 2,2. Zwei Aufteilungen ist immer am besten. Ja. Gut, dass ich gehalten habe. Ja. Für das gute Gewissen. Jo. Alter. Was war das denn für ein Stein, ey? Oder für eine Kante. Ich dachte, ihr müsst euch wieder abholen. Nee, nee. Das war kurz davor. Aber das war so komisch. Da war ein Pixel im Weg und das Auto hat sich fast überschlagen. Unfassbar. Fahren wir gleich weiter in die Zone, ne? Ja. Okay, wenn da denn was markiert. Ich habe was markiert. Ich bin zwei, drei Häuser. Direkt hin, Putschinski. Ui. Das war Mut. Da war doch ein Sprung. Schluchten-Springer. Na, mit ordentlichen Geschwindigkeit geht das, ne? Ja. Ihr seid die Schluchten-Springer. Hier halten an den Häusern. Nee, ist nur eins. Fahr am Berghof, bitte. Ja. Schink die. Schinken an den Häusern. Da wird geschossen. Mh, ne Putschinski bestimmt. Ich bringe das Auto mit. Die haben uns eh gehört. Ja, hat die Hälfte noch an Benzin. Also wenn ihr Benzin finden solltet, könnt ihr gerne einmal mitbringen. Hier ist noch ein Vierer-Visier. Schüsse. Da hinten den Hügel hoch in etwa. Nach links gelaufen. Der Typ? Nein, schießt ja auch um. Da ist gerade einer nach links gelaufen, ja. Da hinten ist einer. Getötet. Ich dachte von rechts. Ich dachte von rechts würde auch noch einer kommen. Ja, so weit möchte ich nicht. Oder um. Das ist ein Spieler. Blau. Von weiter nach rechts. Aufpassen. Sind jetzt da vorne. Fett ein Auto runter? Ja. Da ist das Auto jetzt. Ich gehe kurz in Deckung. Hinter mir fährt das Auto gerade. Ich bin bei Schieber angekommen. Ich auch gleich. Das ist ja schon in so einer blöden Bude. Orlando, du bist da alleine. Und bei dir sind wir. Da hinten ist noch wer da. Hinten habe ich gerade noch wen gesehen. Oh, warte. Da hinten ist. Bei gelb ist wer gelaufen. Am Dach oben war einer. Da habe ich gesehen. Und bei der blauen Hütte ist einer. Hat ein Hedgehammer gekriegt. Auch da ist wieder. Hinter uns wird geballert. Ja. In der Tür. Da habe ich ausgenommen in der Tür. Das Auto steht hier. Wenn wir das Auto nehmen wollen. Oben an der Kirche. Oha. Treffer. Harder Treffer. Ja, die schießen immer noch von nach wie vor aus der Richtung. Nee, nee. Das kam von der anderen Seite. Ja? Ja, ja. Definitiv. Aus dem Dorf irgendwo. Wo seht ihr sich? Nee, schießt die Reifen kaputt. Blaue Türen. Ich habe hier übrigens auch noch das Auto nach wie vor, ne? Wenn wir weiter wollen. Nimmt's rechts hinter der Halle. Okay, ist aber eben noch einer oben bei blau. Ja, gewesen. Sind da hinter dem Kistenstapel ausgestiegen. Ich gucke mal von oben. 14 Sekunden. Zone kommt. Ja, müssen wir weiter, ne? Ja. Ist ein kleiner Weg. Die fahren auch. Ja. Ja, ja, ja. Kommen. Bein Richtung Shiva. Zone kommt. Ja, wir fahren. Richtig gut. Oh, man. hier bei gelb irgendwo anhalten bitte andere seite ist irgendwer da hinten da in die richtung da oder läuft ausgenockt ausgenockt muss noch einer sein jetzt sehe ich nicht noch nicht klar links vom blau ja sowas hier von links kommt ja hinten drüben an der halle direkt tot kommt was angefahren das gehört ja da hinten fährt ein auto schule oder an der schule vorbei ja theoretisch wird das wahrscheinlich ganz geil weil jetzt freie fläche wir sollten wahrscheinlich da so irgendwo hin mit dem auto katzes holen und hier vorne an der kante abholen dann können wir vorne zu den nächsten bergen der dann gerade so dritter ist wie viel bus habt ihr noch ich habe noch ein ich habe einen 3 das war in der zone am berg kommt dann können wir je nachdem von wo sie schießen links oder rechts ja ganz gut eigentlich ja sonst wäre wirklich drei fläche zum laufen vor uns richtung rotzauk wird geschossen halten auf der seite hier bitte ich bin was ich bin oben sagt man die farbe mit anderen muss man auch du bist orange wenn du sagst braun gegner oder so dann weißt du mal wo du hingucken muss ja hier am baum habe ich richtung 70 hoch zum wasserturm ja schon mal hoch gehen also man auch wieder drinnen ja bei blau sehe ich einen hinten am baum ja der ist da rechts lang der ist bei gelb der ist rechts bei gelb da hinten hier oben ist ja hier oben ist fest ja klar steht auch ein auto schmeißt du mal ein ding zogen granate hoch richtung schule wurde geschossen schule habe ich habe ich habe ich war auch sofort tot ja auch der typ ist auch schon tot der hier mit seinem autohäfer ja ist ein sechster visier hat er jetzt braucht ich würde mir nur die munition rausnehmen da kommt was glaube ich habe ich stark einer knetet hier von der entfernung irgendwo ist aber ganz knapp vor uns er liegt noch da ist auch 45 erhöhte position irgendwo ich sehe den nicht ja und ich habe schon gerade die ganze zeit geguckt aber dann habe ich mal gefinisht dass er auch nicht ansagen können ja sagen irgendwo hinten bei gelb aber hat sich mehr hier unten läuft einer das ist auch blau am baum oder was am baum direkt dahinter der guckt auch nicht einmal raus links oder rechts schieß mal drauf ein bisschen das ist ja mit der dicken waffe ich versuche mal rechts weiter rumzulaufen ich konnte den blauen eben gerade sehen und aber vorsicht da hinten bei grün ist auch wer das heißt auch bei den gebäuden könnte auch sein dass dann da irgendwer von den rum tourn ja definitiv blau ausgenockt sehr gut nur aufpassen wie gesagt da hinten ist grün nicht dass der dich jetzt irgendwie rechts umläuft also hinten an dem haus und auf alle fälle gekämpft blau ist tot blau ist tot 3er helm weg wir haben wir haben gute gute position noch mal ein bisschen aufpassen dass hier irgendwas von links plötzlich kommt ne ja es war gut es war gut dass ich die position so weit rumziehen konnte von dir nach rechts dass ich ihn von hier sehen konnte aber ich hoffe ja doch wir sind eigentlich hier auf der seite sicher die müssen alle herkommen ja ja vorsichtig weil wie gesagt grün und ich weiß nicht dass eine gebäude ist relativ hoch nicht dass der da oben bei grün waren es gerade zwei bots die ich getötet hat dann ok bei mir läuft irgendwas ok es sind nur noch zwei gegner ne ok ja stimmt ja ja da ist er genau hinterm übel ja links 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 kommt er da hinten da da hatte ich keine da hinten in der verlängerung zu gelb wenn du oben rechts gehst kannst du dir in den rücken fallen ja versuche ich ja kann ich versuche mich mal so ein bisschen zu zeigen ihn zu loggen perfekt perfekt sehr gut schön gespielt jungs komm dann können wir mal ein tänzchen wagen vielen dank fürs zu gucken ich hoffe es hat euch spaß gemacht wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin macht's gut ciao ciao bis 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 bis